So, heute ist deutlich wärmer als vor einer Woche. Jetzt lade ich das Video nochmals rauf, weil meine Musik gesperrt wurde. Ihr seht, mein Schnitzellager ist nicht mehr so viel vorhanden. Ich muss dann unbedingt da wieder hacken, sobald es möglich ist. Aber jetzt zuerst Kaffee-Time. Und wenn es euch langweilt, ich mache Kaffee und trinke, dann schaltet einfach ab. Ciao. Ich werde dann noch einmal ein Video hochladen von heute. War am Nachmittag im Wald und wir haben wieder Brennholz gefällt, wie vom Nachmittag. Ich werde dann gerne noch mal rein. Ich werde dann noch mal wiederholen. Ich werde dann noch mal rein. Ich werde dann noch mal rein. Einen schönen Tag wünscht euch Bauer Hause.